Die Gelenke der Extremitäten können ebenfalls sehr unterschiedliche Krankheitsbilder aufweisen. Prellungen, Traumata, Entzündungen oder Arthrosen sind keine Seltenheit und gehen oft mit Larmheiten und starken Schwellungen einher. Um die Gelenke und deren Umgebung unterstützend zu behandeln, nutze den Telleraufsatz und schalte dein Novafon auf Stufe 2 ein. Alternativ kannst du auch den Telleraufsatz XL oder den Igelaufsatz verwenden. Starte mit der geringsten Intensität. Fahre langsam in streichenden oder fortlaufend kreisenden Bewegungen über die angrenzende Muskulatur, entlang des Beines, von der Schulter bis zum Vorderfußwurzelgelenk bzw. vom Becken bis zum Sprunggelenk. Führe diese Bewegung auf beiden Seiten für zwei bis drei Minuten durch. Als nächstes verwendest du den Telleraufsatz, um die Gelenke zu umkreisen. Optional kannst du auch den Kugelaufsatz oder den Faszienball nutzen. Schalte das Novafon auf Stufe 1 und passe die Intensität an. Mit leichtem Anpressdruck oder in kleinen kreisenden Bewegungen behandelst du den Bereich der Gelenke für ein bis zwei Minuten. Behandle immer beidseitig.